Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Jauču njemajzku Nummer 153 Nummer 143 Meine Kamera ist immer griffbereit. So verpasse ich keine Gelegenheit für ein gutes Foto. Meine Kamera ist immer griffbereit. So verpasse ich keine Gelegenheit für ein gutes Foto. Mój Fotoapparat ist immer griffbereit. Tome ja niekoli ne vtracaju możliwości zrobiti garne Foto. Ich sende alle Fotos automatisch in die Cloud. Dort sind sie sicher aufgehoben. Ich sende alle Fotos automatisch in die Cloud. Dort sind sie sicher aufgehoben. Ich bin immer in Kontakt mit meiner Fotoagentur, sodass ich von überall auf der Welt arbeiten kann. Ich bin immer in Kontakt mit meiner Fotoagentur, sodass ich von überall auf der Welt arbeiten kann. Mit den Fotos finanziere ich meinen Lebensunterhalt und meine Urlaube. Mit den Fotos finanziere ich meinen Lebensunterhalt und meine Urlaube. So dopomo jo fotografii je finanzui jo svoje žitiata svoje vid pustko. Ich beginne oft frühmorgens mit dem Training. Am liebsten trainiere ich draußen. Meine Gymnastikmathe und mein Wasser sind immer griffbereit. Meine Gymnastikmathe und mein Wasser sind immer griffbereit. Mi trenuvalni kelimok i moja voda zavždy pidrukoju. Nach intensivem Training mache ich Entspannungsübungen. Nach intensivem Training mache ich Entspannungsübungen. Nach intensivem Training mache ich Entspannungsübungen. Das macht mich fit für den Arbeitstag. Für die Arbeit brauche ich nur ein Tablet, ein Smartphone und eine Tasse Kaffee. Das alles wächst in unserem Garten. Das alles wächst in unserem Garten. Dafür brauchen wir keinen Supermarkt. Das alles wächst in unserem Garten. Dafür brauchen wir keinen Supermarkt. Der Weg nach oben kann hart sein, aber er lohnt sich immer. Der Weg nach oben kann hart sein, aber er lohnt sich immer. Jetzt ist die richtige Erntezeit für Gurken. Jetzt ist die richtige Erntezeit für Gurken. Jetzt ist die richtige Erntezeit für Gurken. Der 2. Dezember ist ein besonderer Tag für uns. Wir haben an diesem Tag geheiratet. 2. Dezember ist ein besonderer Tag für uns. Wir haben an diesem Tag geheiratet. 2. Dezember ist ein besonderer Tag für uns. Wir haben an diesem Tag geheiratet. 2. Dezember ist ein besonderer Tag für uns. Wir haben an diesem Tag geheiratet. Wir haben an diesem Tag geheiratet. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. Aus diesen Zutaten mache ich heute eine leckere Gemüsesuppe. In der Sauna weiten sich die Blutgefäße und ziehen sich bei Abkühlung wieder zusammen. In der Sauna weiten sich die Blutgefäße und ziehen sich bei Abkühlung wieder zusammen. In der Sauna weiten sich die Blutgefäße und ziehen sich bei Abkühlung wieder zusammen. In der Sauna weiten sich die Blutgefäße und ziehen sich bei Abkühlung wieder zusammen. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Mann das letzte Mal eine Pfeife geraucht hat. Fleischbällchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Fleischbällchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Frikadellchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Durch dieses Holzspielzeug lernst du, aus Buchstaben Wörter zu bilden. Durch dieses Holzspielzeug lernst du, aus Buchstaben Wörter zu bilden. Durch dieses Holzspielzeug lernst du, aus Buchstaben Wörter zu bilden. Lachsölkapseln enthalten einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Lachsölkapseln enthalten einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Lachsölkapseln enthalten einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Das soll gut für dein Herz sein. Lachsölkapseln enthalten einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Das muss gut für dein Herz sein. Beruflich und persönlich habe ich in meinem Leben schon viel erreicht. Beruflich und persönlich habe ich in meinem Leben schon viel erreicht. Das heutige Mittagessen ist Hähnchenbrust mit Kapern, Zwiebelringen und Zitronenschale. Auch die Arzneimittelpreise sind in diesem Jahr um 11 Prozent gestiegen. Auch die Arzneimittelpreise sind in diesem Jahr um 11 Prozent gestiegen. Auch die Arzneimittelpreise sind in diesem Jahr um 11 Prozent gestiegen. Zähne nalikezioho roku takož zroslina odenaiziotvizotki. Ich bin enttäuscht. Die Zahlung per Kreditkarte hat nicht funktioniert. Ich bin enttäuscht. Die Zahlung per Kreditkarte hat nicht funktioniert. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Die Zahlung per Kreditkarte hat nicht funktioniert. Ich bin enttäuscht. Diesen Ort möchte ich jetzt besuchen. An den anderen Orten bin ich schon gewesen. Diesen Ort möchte ich jetzt besuchen. An den anderen Orten bin ich schon gewesen. Jetzt hat es geklappt. Der Kauf mit Kreditkarte wurde bestätigt. Jetzt hat es geklappt. Der Kauf mit Kreditkarte wurde bestätigt. Jetzt hat es geklappt. Der Kauf mit Kreditkarte wurde bestätigt. Jetzt hat es geklappt. Kreditkarte wurde bestätigt. Gestern Abend saßen wir zusammen und spielten Karten. 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 Bisher gibt es keine Hinweise auf Korruption im medizinischen Bereich. Bisher gibt es keine Hinweise auf Korruption im medizinischen Bereich. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Alles ist gut vorbereitet für Halloween. Alles ist gut vorbereitet für Halloween. Alles ist gut vorbereitet für Halloween. Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch? Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch? Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch? Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Ich habe im Büro ein rotes Smartphone gefunden. Gehört es einem von euch. Hier seht ihr die Verkäufe der letzten vier Wochen. Ich bin sehr zufrieden damit. Hier seht ihr die Verkäufe der letzten vier Wochen. Ich bin sehr zufrieden damit. 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 Es gibt unterschiedliche Dämmstoffe. Wäschlöwe Značenje maje Teploizolizia. Istnojuč rizni izolizijni materiali. Ist das die richtige Erziehungsmethode für einen jungen Hund? Ist das die richtige Erziehungsmethode für einen jungen Hund? Ist das die richtige Erziehungsmethode für einen jungen Hund? Ist das die richtige Erziehungsmethode für einen jungen Hund? Für welches Gericht brauchst du die frischen Feigen? Für welches Gericht brauchst du die frischen Feigen? Für welches Gericht brauchst du die frischen Feigen? Sollen wir die Uhr an diese Wand hängen? Sollen wir die Uhr an diese Wand hängen? Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Ich lege großen Wert auf die Reinheit meiner Haut. Unser Verein besteht seit zwei Jahren. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. Unser Verein besteht seit zwei Jahren. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. Unser Verein besteht seit zwei Jahren. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. Die Kreissäge liegt in der Garage bei den anderen Werkzeugen. Die Kreissäge liegt in der Garage bei den anderen Werkzeugen. Die Kreissäge liegt in der Garage bei den anderen Werkzeugen. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. 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 Ich fühle mich wohl in einem roten Kleid mit Sonnenhut. In Valencia kaufen wir Paella auf dem Markt. Manchmal muss auch der Teddybär gewaschen werden. Er hängt zum Trocknen auf der Wäscheleine. Manchmal muss auch der Teddybär gewaschen werden. Er hängt zum Trocknen auf der Wäscheleine. Inadie wird Medica też potrzebno myti. Wien wiesche je na motusku, dla bielezny suschytysia. Verrate mich nicht. Das muss unser Geheimnis bleiben. Verrate mich nicht. Das muss unser Geheimnis bleiben. Mein treuester Freund ist mein Hund. Mein treuester Freund ist mein Hund. Mein treuester Freund ist mein Hund. Meine Eltern hatten schon immer Hunde. Mein настоящiger Freund ist mein Hund. U moich Bатьkів zawsze буli Sobake. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Julia nadislava myni cikave posilanya. Ich war den ganzen Tag einkaufen. Gefallen dir meine schwarzen Stiefel? Ich war den ganzen Tag einkaufen. Gefallen dir meine schwarzen Stiefel? Ich war den ganzen Tag einkaufen. Gefallen dir meine schwarzen Stiefel? Wir sahen die Sonne über den Tragflächen des Flugzeugs aufgehen. Wir sahen die Sonne über den Tragflächen des Flugzeugs aufgehen. Wir sahen die Sonne über den Tragflächen des Flugzeugs aufgehen. Jonas repariert das Auto auf der Hebebühne. Er erneuert den Auspuff. Jonas repariert das Auto auf der Hebebühne. Er erneuert den Auspuff. Jonas repariert das Auto auf der Hebebühne. Er erneuert den Auspuff. Jonas remontiert das Auto auf der Hebebühne. Er erneuert den Auspuff. Kannst du die wichtigsten Notrufnummern? Kannst du die wichtigsten Notrufnummern? Ich freue mich über die warmen Wollsocken, die meine Oma gestrickt hat. Ich freue mich über die warmen Wollsocken, die meine Oma gestrickt hat. Ich freue mich über die warmen Wollsocken, die meine Oma gestrickt hat. Woher kommt dieser Schaden? Wie viel kostet die Reparatur? Woher kommt dieser Schaden? Wie viel kostet die Reparatur? Ich erinnere mich gut an die Situation. Ich erinnere mich gut an die Situation. Ich erinnere mich gut an die Situation. Unter tausenden von Anlagemöglichkeiten suche ich die besten für meine Kunden aus. Unter tausenden von Anlagemöglichkeiten suche ich die besten für meine Kunden aus. Unter tausenden von Anlagemöglichkeiten suche ich die besten für meine Kunden aus. Wir haben uns erst in der letzten Woche kennengelernt. Wir haben uns erst in der letzten Woche kennengelernt. Wir haben uns erst in der letzten Woche kennengelernt. Trotzdem glauben wir, dass wir gut zusammenpassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft! Du bist so, was du willst! Ich lasse die Schmerz und dein Kanal abonnierst! Ich lasse die Schmerz und dein Kanal abonnierst! Du bist so, was du?